Hier gibt's... okay. Letzte Patrone! Okay, den haben wir auch schon wieder. Taktische MPs, meine. Taktische MPs, meine. Taktische MPs, meine. Taktische MPs, meine. Natürlich. Taktische MPs. Taktische MPs, meine. 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 Endlich. Alles bestens. Los geht's. Okay, das sieht auf jeden Fall schon mal besser aus. Okay. Okay, jetzt kommt wahrscheinlich die nächste Welle. Okay, da ist er da umgegangen. Ich hoffe mal... Du langsame Computerfrau. Jetzt wäre es natürlich richtig. Kannst du die ohne Zeitgerät nicht ausschalten, solange die... Nein, das geht nicht. Leider. Habe ich ja versucht. Ich habe versucht, den einen abzuschießen. Der höchste Zeitpunkt, zu dem ich zurückkehren konnte, war die erste Aktivierung des Kerns in der Universität. Wenig Zeit, um ihren Bruder zu retten. Ich hatte keine Wahl. Ich hoffe, du hältst dein Werbeversprechen. Zurück an die Universität. Akt 5 Teil 2. Geil. Einfach geil. Cooles Spiel. Echt. Wie gesagt, für 15 Euro finde ich das super. Jeff, hier rein. Schnell. Sie sind aus dem Labor entkommen. Was geht ab, Yons? Oh, scheiße. Leichen pflastert in seinen Weg. Na los. Ja, Taui. Das kostet nur noch 15 Ocken auf Instant Gaming. Ich hätte da nie mehr für ausgegeben. Und für den Preis. HQ, Eindringing im Labor. Wenn man es wirklich noch nicht. Hammer. Geiles Spiel. Was kannst du Team? Wie? Joyce ist... Wir gehen rein. Pass auf. Feuer, Herr, Herr, Sie können auf gar keinen Fall beschädigt werden. Hehehe. Voll gut. Ich kam dort an, als ich der Riss gebildete. Zu spät, alles zu beenden, bevor es jemals begann. Aber nicht zu spät, um Will zu retten. Sie mussten ihn nur rechtzeitig finden. Ja, das war der Plan. HQ, Aufnahmen von Überwachungskameras. Zeigen, wie die Joyce-Brüder durch den Serverraum auf der unteren Ebene entkommen. Raider Team 3, sofort abfangen. Stellt ein weiteres Team zusammen, das den Kern bergen soll. Crawler Team, macht die schweren Jungs in der Tiefgarage bereit. Ich erhalte keine Antwort von Raider Team 3. Wir könnten ein Problem haben. Wo zur Hölle bleibt das Fragungsteam? Der Kern hätte schon längst an Bord des Hubschraubers sein sollen. Hedge hatte recht. Sie hätten sie. Geht denn jetzt schon wieder ab? Oh, fuck you. Er geht Blutspenden wie Chuck Norris mit einer Knarre und einem Eimer. Da hast du recht. Will und ich standen im Innenhof, als die Anomalie alles ins Chaos stürzte. In dem Moment musste ich ihn aufhalten. Innenhof. Wie komme ich da hin? Sie haben nicht versucht, Monarch daran zu hindern, den Kern zu bergen. Die Tatsache, dass sie ihn stahlen, war der einzige Grund, dass ich in die Vergangenheit reisen konnte. Dieser Logik wollte ich nicht im Weg stehen. Wo ist jetzt die Krone und Energiequelle? Da oben. Gib mal her, das Ding. Gib her. Ich will das haben. Jetzt. Okay. Wenn wir mal im Gucken. Zwei Upgrade-Punkte reichen für nichts. Schade. Oh, Moment. Stopp. Halt. Ach was. Ach was. Okay. Das wollte ich gar nicht. Das würde ich mal sagen, war schnell geregelt. Das würde ich mal sagen, war schnell geregelt. Was war gut? Beidegger? Untertitelung des ZDF, 2020